Verdammt, Mann! Alles klar? Komm rein hier! Captain Mitchells Trupp hatte den Konvoi lokalisiert. Leider machten Pirschersichtungen in dem Gebiet eine sofortige Bergung unmöglich. Der Pirscher ist eine der gefürchtetsten Waffen der Bestien. Er ist sehr schnell und feuert Flugabwehrraketen mit tödlicher Präzision. Die Technologie der Pirscher ist und bleibt eines der bestgehütetsten Geheimnisse der Bestien. Mitchell kämpfte den ganzen Morgen lang einen ungleichen Kampf. Er hielt die Stellung bis Verstärkung eintraf. Immer mehr dieser Bestien kamen hinzu. Alle am Boden waren überzeugt, dass der Konvoi so gut wie verloren war. Ich schätze, jetzt haben wir unseren Kampf. Ich schätze, jetzt haben wir unseren Kampf. Ja, Gott. Ich schätze, jetzt haben wir unseren Kampf. Weiter! Bewegung! Dann haben wir einen Kampf. Noch nicht. Jetzt können wir nicht bleiben. Ja, aber sie. Wir kassieren Treffer! Jonas! Bowling! Bringen Sie Ihre Truppen ins Zentrum! Stellung halten! Ja, Sir! Die Lantern! Der Lantern! Die Lantern fallen! Die Lantern! Sie müssen weiter! Die Lantern! Die Lantern! Das ist ein Zeichen! mein gott das wird aber verarschen hier ok dabei noch mehr zünder wo lag Eingreisen und angreifen, Jungs. Jacobs, Kelly, Sperrfeuer nach links. Treiben Sie sie rüber nach rechts. Wir legen sie ab. Wir legen sie. Wir legen sie ab. Wir legen sie ab. Scheiße. Lame dui, lame dui, lame dui. Lame dui, lame dui, lame dui. Lame dui, lame dui. Lame dui. Oh, wie war es nochmal? Verneicht, ne? Lame dui, lame dui. Lame dui, lame dui. Nein. Lame dui. Das ist die Flache, die wir suchen. Alle Truppen in der Leckung. Nicht zu Hause gehen. Lame dui, lame dui. Die Flache, die wir suchen. Hey, den krieg ich ja überhaupt nicht. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, habe ich dir. Merci. Oh, habe ich dir. Oh, habe ich dir. Oh, habe ich dir. Oh, habe ich dir. Okay, Pledonet. Oh, oh, oh. Das ist aber nicht so gut, oder? Okay, die sind doch heller, als ich dachte. Das war's für heute. Das war's für heute, das war's für heute. 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 Das war's für heute.